hallo mogulis and what's up people guck mal spiky kommt wir spielen wieder ark nicht wir sind immer noch auf der insel ehrlich gesagt ich will hier auch gar nicht mehr weg aber ich dachte wir gucken heute mal eben wie unsere ankies hier laufen da hinten scheint uns zu gehören dieser hier ist auch fast fertig war sie ein bisschen betäuben sondern ist ganz gut hat bei der jahre ich versuche mal wieder in hochdeutsch es ist ja auch ganz gut dass wir die alle haben jetzt kommt das blöde kleine problemchen wir können sie nicht reiten das ist nämlich wirklich das ärgerliche dabei so bei ihm hier müssen wir sagen verhalten verhalten ziel entfernung von folge abstand der muss niedrig sein nicht das niedrigste aber niedrig ganz wichtig weil wir uns gleich immer bewegen können werden hallo ich weiß dass ich hier hoch rennen konnte danke es ist nämlich wichtig dass er wirklich nah ran kommt wisst ihr was wir machen doch noch niedrigste ich würde wissen wie stark das ist mal hierhin stellen ja wieso können uns gleich nicht mehr bewegen ganz klar guck mal das gewicht steigt und steigt und steigt je mehr wir weg machen die von so und jetzt kommt der zauber er hat 16 kilo geladen und jetzt mit den 154 kilo die wir dabei tun sind es genau deswegen haben wir ihn mit genau das ist der grund warum wir uns überhaupt ein ankylosaurus gezähmt haben was ich hier als problem sehe ist dieser baum es könnte nämlich sein dass sie da feststacken ich glaube auch nicht dass sie hier durchkommen werden müssen wir gucken wie sich das entwickelt vielleicht müssen wir noch ein paar schneisen hier schlagen deswegen müssen wir auch ein bisschen was rausschmeißen jetzt mal aber es ist jetzt gerade auch erst egal denn ich möchte euch fragen wie war denn euer tag war das gut hattet ihr einen schönen tag so jemand tierisch auf den sack gegangen solche leute gibt es solche tage gibt es wie sich spiky immer freut ist doch gut jetzt kleiner mann und unser ankylosaurus die wir noch einen namen geben müssen ich glaube ich bin da einfach mal kreativ und nennen anky was kriegen wir euch das nutze stein das wollen wir aber nicht ja ich glaube ich habe einen sehr kreativen namen gewonnen mit anky das soll dann erst auch mal fassen so jetzt gucken was wir noch brauchen einmal nach hier unten ballista sperrbolzen metallbarrikade ultra coole sache wirklich aber large stonewall könnten wir brauchen dann können nämlich unser haus endlich mal richtig schön bauen aber ich würde sagen jetzt brauchen wir erstmal die wichtigen dinge das hier das hier das hier wie viele punkte haben wir noch ich kann es nicht sehen 6 oder 4 6 und mit diesen sechs können wir uns jetzt noch die stein so zum auch endlich wohl jetzt müssen wir hoffen dass alles was ich geplant habe jetzt gleich funktionieren wird nein es sei denn hier hinter diesem felsen steht unser ankylosaurus könnte dieser felsen hier gerade mal bitte kurz verschwinden das wäre super super lustig und schön auch tags sind gespawnt wenn ihr euch jetzt fragt was tags sind tags sind technische saurier trotzdem können wir nicht laufen ärgerlich jetzt müssen wir das eis nochmal wegschmeißen wo ist denn jetzt zum beispiel unser ankylosaurus der ankylosaurus ist da hinten das ist aber nicht schön wir brauchen den ja hier so einen müssen wir noch mitnehmen können jawohl ja es wäre schön wenn du nicht im boden stecken würde sondern es wäre schön wenn du mal mitkommen könntest kurz das wäre richtig super von dir kommst du bitte ich habe das blöde gefühl er kommt nicht durch den felsen wir müssen jetzt trotzdem wieder jeden unser metall aufheben da können wir eigentlich mal anfangen ihm einen kleinen weg zu bereiten bei der gelegenheit klinge noch ein bisschen stein nicht eisen so den schmeißen direkt wieder raus und holen uns noch mehr stein paradox ich weiß aber irgendwo auch logisch oder nicht genau kann man schön zu mir er hat die niedrigste folge des tanzes wichtig seht ihr dann könnt ihr nur anklicken niedrig reichte nicht das niedrigste war schon wichtig guckt euch das man er hat nur er braucht nur 50 kilo wenn wir das jetzt im inventar nehmen dann haben wir hier gerade 200 400 530 kilo und er hier der kleine freak der hat mal gerade acht mehr hat 130 tja das nicht effizient er hier hat leider wie gesagt stein ist stein für ihn er kennt das nicht anders so und jetzt ein kleiner tipp wenn ihr die nur zu voll macht ja jetzt müsst ihr auch schon sehr langsam gehen seht ihr hat dasselbe problem wie ihr ihr seid überladen und ihr könnt jetzt auch nicht mehr reiten oben rechts seht ihr der dino ist vollkommen überladen weil er euer gewicht auch noch tragen muss deswegen schlag ich hier kann auch mal mitkommen oder wisst ihr was ich bringe ich gleich nach hause er soll mitkommen unser anklösser das ist ein tag sauer sein tag stegosaurus das sind die roboter die mit extinction aufgetaucht sind glaube ich ihr dürft jetzt aber auch gerne in die kommentare schreiben alter immer auch so eine scheiße zu schreiben das war nicht extinction das war dies und das ist kein problem ich bin mir nämlich eh nicht sicher deswegen ist das vollkommen okay wenn ihr mich da korrigiert so du kleiner mann ist übrigens t wenn ihr t drückt dann folgt euch der anvisierte die nur glaube ich oder alle die muss ich bin mir jetzt gar nicht sicher und jetzt gucken wir erstmal was das überraschungspaket hier ist es ist auch mittlerweile mal unten vielleicht schaffen es aber rechtzeitig aber das gute ist wir müssen sowieso wegen dem eisen die richtung hier also in diesem sinne bauplan werkbank und eine primitive armbrust ist nichts besonderes aber ist auch eine schöne sache dafür dass es umsonst ist so ihr dürft übrigens auch nicht denken dass eure dinos erschaffen euch überall hin zu folgen ist der weg für sie unerreichbar dann ist der unerreichbar das ist einfach ein fakt das ist physik etwas nicht erreicht werden kann dann kann es nicht erreicht werden das ist fakt alter und ohne meine angst brauche ich allerdings hier gar nicht rumklöpfeln wenn du die machen wir gar nicht weiter könnt ihr mal bitte kommen ich muss euch benennen du heißt das ist ein männchen oder ein weibchen du bist auch ein weibchen blöd dann heißt du wiki a und b verhalten wiki ist also so und so perfekt so jetzt müssen wir höllisch aufpassen wenn ich den brontosaurus schlagen problem und bei dem wir alle unsere dinos so immer schön f drücken t übertragen und wie ihr seht immer noch nicht vor welchen immer satte tiere den bauplan den brauchen wir nicht die armbrust kostet uns auch nur gewicht macht aber 105 schaden also klar nehmen wir die dafür fliegt dieser armbrust hier raus entfernen munition so ich habe ja schon angekündigt heute wird es vielleicht eine kürzere folge weil heute ist wirklich nur sammeln ich wollte euch das mal erklären nochmal mit dem eisen und hier war noch narco paris und wie ihr ein bisschen davon nutzen könnt was hier an dinos rumläuft wie die fähigkeiten der dinos sind und ich wollte euch das mal zeigen reden ist schön und gut zeigen ist eine andere sache ich werde jetzt die ganze insel noch mit eisen abfahren da wird anki und beck hier drüber laufen und dann im besten fall sind sie jetzt auch gleich mal hier dann gehe ich zurück zu den öfen und dann schauen wir mal wie viel wir da rausgehen weil dann müssen wir uns erstmal neue öfen bauen na übertrag doch alles einfach mal langsam wird aber auch unser dino hier voll das müssen wir gleich mal eine andere nehmen zack die steine geben wir ihm auch noch so vielen dank erstmal fürs zuschauen das war wirklich eine sehr sehr kurze folge aber es lohnt sich nicht das hier noch unnötig in die länge zu strengen heute ging es um die kleinen dinos und ich denke das war der vierteiler die rampe lassen wir weg denn naja ihr seht es doch selbst wenn sie uns folgen geht es wenn wir immer hier hoch müssten na vielleicht nicht aber ich denke das würden wir auf dauer einfach mit flugsaugern lösen so ich mache mich noch einmal auf die suche ihr könnt einfach mir mal ein abo da lassen wenn ihr möchtet und wenn euch diese videos gefallen und wenn euch survival gefällt dann lasst mir auf jeden fall ein like da lasst mir das abo definitiv da kommentiert was das zeug hält denn nur durch euer feedback wächst der kanal ansonsten kommt auf meine social media profile in dem fall leider nur twitter tut mir leid wer was anderes gehofft hat ich besitze kein facebook was denn jetzt wieso überträgt er denn immer nur eins na komm dann muss ich die zurücknehmen ja so muss es gehen die stehen ineinander wie ungünstig okay bis zum nächsten mal wala do eris euer wolf